Untertitelung des ZDF, 2020 Ein bisschen verpeilt, ein Laden, der nicht geht, gespanntes Verhältnis mit dem Stiefsohn und seine Beziehung ist am Bröckeln. Aber das weiß er. Zum Glück haben sie ja diese eine gemeinsame Leidenschaft. Ja, wir machen auch nicht mehr lange. Habe ich ganz vergessen, dir zu erzählen, ne? Ich kiff ja nicht mehr. Und man kann ja auch ohne Druck einen Spaß haben. Also eigentlich alles total cool. Bis hier ist ein bisschen übertreiben und so ein Typ in Uniform vor Ihnen steht. Guten Tag, Bundespolizei. Machen Sie mal bitte auf. Das Ganze wird sowieso wegen Krankfügigkeit eingestellt. Das kriegt nach unten keiner mit. Es gibt hier ganz viele Experts. Sie müssen alle drei Monate Urintests abgeben. Bitte? Ich muss um 8 Uhr im Standesamt sein. Kennst du doch. Stefan? Jenny, hi. Gibt's ein Problem? Ich verstehe, dass ein Polizist zunächst als Bullenfutze, dann Rosentenkönig und Kaviannutte beschimpft hat und dann versucht er, ihn zu beißen. Frank beiß nicht. Hey, fragen wir mal. Was ist los? Die Typen haben's mitgenommen. Die Typen haben's mitgenommen. Die Typen haben's mitgenommen. Da! 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 Jenny! Sicherheitsleute, komm. Lauf in eine Richtung hinten raus. Fuck! Und Maul, Scheißwurzel! Du, das nicht! Lukas Grigorowitsch und Moritz Bleibtreu. Alexandra Neldl. Also wenn du jetzt sagst, du um Fickgut, dann hast du das ganze Bier im Gesicht. Wotan Wilke Möhring. Antoine Mono Junior. Ja, du hast Nerven, ungefickter Wal! Sag mal, ist das haschisch? Und Elmar Wepper. Ja. In Lombok. Sag mal. Sieht doch top aus. Was willst du denn? Super. Demnächst im Kino. Mike. 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 Was ist mit deinem Bruder? Mach die Scheiß-Tür auf! Der will nicht raus. Jenny, komm, du hol dir da raus. Mike ist nun 18, da kann er tun mit lassen, was er will. Er ist ja nicht krank. Also ich kenne sonst niemanden, der sich freiwillig in seinem Zimmer einsperrt. Er ist doch kein Spinner. Du bist die ganze Zeit, sich zu kotzen. Aber davon kriegst du ja nichts mit. Wenn du so weitermachst, dann kommt er da nie raus. Willst du ihn verhunger lassen? Mike! Warte doch mal! Lass doch mal die Tür auf! Mach das kaputt, Mike! Hast du noch Kontakt zu Mike? Könntest du ihn mal anschreiben? Du bist doch sein bester Freund. Dann findest man ja. Für wen ist denn der? Für einen Freund von Mike. Lieber Mike, Regen, der auf Haut fällt, ist der schönste Regen. Er ist zurückgeschrieben. Ich bin nur hier, wenn mein Stiefvater mich loswerden will. Sing! Was? Ja, mach schon. Sing ein Lied. There is a house in New Orleans. Achtung! Liebe Mutti, mach dir keine Sorgen. Es geht mir gut. In zwei Monaten bekommst du Gummischiefel. In zwei Monaten? Ich lerne hier viel über den christlichen Glauben. Was soll das denn? Ich will sofort Stiefel! Weitermachen! Na los! Ich werde gut versorgt, bin tüchtig an der frischen Luft und habe eine Menge neuer Freunde gefunden. Komm nach Hause! Vielleicht muss ich ihn geregeln. Einfach mal richtig erklären. Schreib mir bitte bald. Dein Wolfgang. Das ist Angelika, die Tochter von Borgmann. Kannst du den hier für mich abschicken? Dass mein Vater rauskriegt? Bitte. Abendbrot entfällt. Wie sollen die Jungs das durchhalten morgen? Geht ja nicht um dich, klar? Dann hole ich uns eben was zu essen. Dann hast die Jungs einfach nicht im Griff. Du machst doch alles. Geht ja nicht um dich, klar. 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 Das bin ich. Und das ist meine Familie. Gleis, meine Mom und meine Sister, ja. Und das sind andere Familien, ihre Leben, an die sich Gleis unter gar keinen Umständen anpassen will. Die Mitte der Welt, wo ist die? Die ist für jeden woanders, je nachdem wo man steht. Mache ich mich unbeliebt, wenn ich frage, ob man wirklich von Liebe sprechen kann, wenn man gerade einmal gefügelt hat. Der gute Geschmack hast du definitiv von mir. Du bleibst jetzt für immer bei uns. Mein Sohn, Michael. Der soll sich mal nicht so groß auf Aufnungen machen. Und der hat doch wieder nur abserviert. Was hab ich falsch gemacht? Wie viel Zeit hast du? Gleis hat alle mal vertrieben. Jedes Mal waren wir wieder alleine. Wir müssen uns nicht froh schreiben, wenn wir zu leben haben. Ich brauche euch beide. Ich kann dich nicht teilen. Bill! Ich laufe nicht weg. Du fragst jetzt schnell, was du wissen willst. Und ich werde antworten. Wie heißt unser Vater? Nächste Frage. Wo wohnt er? Und alles fängt hier gut an. Dänemark ist nicht ihr Freund. Für uns dienen sie nur einem Zweck. Die ganze dänische Westküste von den deutschen Landminen zu befreien, die sie zuvor hierher gebracht haben. Seid ihr Soldaten? Zwischen den schwarzen Fähnchen und dem Feldweg liegen 45.000 Minen. Ihr werdet sie alle entschärfen. Wenn ihr das erledigt habt, könnt ihr nach Hause gehen. Willst du etwas sagen? Nein, Herr Feldwebel! Meinst du? Nein, Herr Feldwebel! Das sind alles Idioten. Ein Haufen von Deutschen Vollidioten. Ich hab eine. Ich hab eine! Scheiße. Stopp! Du hättest mir sagen müssen, dass es noch Kinder sind, Ebbe. Fängst du an, sie zu mögen? Wenn du alt genug bist, um in den Krieg zu ziehen, bist du auch alt genug, um Minen zu räumen. Denkt daran, was sie getan haben. Lieber sie als wir. Wiederhole. Es ist fast vorbei. Es ist fast vorbei. Ich komm wieder nach Hause. Ich komm wieder nach Hause. Ja. Ich komm wieder, Nein, ich will nach Hause. Ich komm wieder nach Hause. Ich komm wieder nach Hause. Vielen Dank.